Blitzkrieg Die Hälfte der Geschütze retten Feindliches Lagerhaus einnehmen Nehmen Sie das feindliche Lagerhaus ein Neutralisieren Sie die Geschützstellung und beseitigen Sie die gegnerische Infanterie aus allen Gebäuden Wollen wir das mal grad tun? Ich kenne dieses Spiel jetzt schon etwas länger und ich weiß auch, wie man uns versucht zu ärgern Und zwar folgendermaßen Die wollen jetzt unbedingt, dass wir so schnell wie möglich dahin fahren über diese Straße, aber hier auf dieser Anhöhe sitzt der Gegner Und den werden wir jetzt mal beglücken mit ein bisschen Artilleriefeuer Jetzt kann man das hoffentlich auch lesen Kann man das lesen So, Statusfenster Jetzt kann man es lesen Letztes Mal konnte man es leider nicht, da war das Bild abgehakt Ich musste erst ein bisschen was umbauen Das ist halt ein altes Spiel Und das Format von dem Spiel passt überhaupt nicht zu dem von mir gewünschten oder geplanten Aufnahmenprogramm Bestätigt 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 So, die Pack da oben haben wir ausgeschaltet Und da liegt Infanterie lag Infanterie Ich glaube, die sind alle down Alles bereit Befehl bestätigt Kann losgehen Na, da ist noch mehr Da kommen Panzer Ne, was kommt denn da? Ein LKW Toller Schuss Da ist ein 38T-Panzer Da ist ein 38T-Panzer Ich finde man sich die sehr selten in Computerspielen Obwohl die eigentlich extrem wichtig waren und auch stark für ihre Zeit Schade So, jetzt gleich haben wir verloren Weil wir nicht schnell genug hier sein konnten Weil wir die Hälfte der Geschütze verlieren Weil hier Panzerkampfwagen sind und wir kommen nicht schnell genug ran Bereit Panzer hier Befehl bestätigt Kanschmation Die 8-8 kann ja zum Glück die Panzer angreifen Wir sind dabei Die Hälfte der Geschütze hat überlebt, Tatsache So, jetzt stürmen wir noch schnell das heidnige Lagerhaus Das ist hier unten Da hat der Bunker, die sehe ich schon Los, los, los Wie lauten die Befehle? Hier Wir sind unterwegs Alles anketten Mitnehmen Alles was wir mitnehmen können, nehmen wir mit Unterwegs Fahrer meldet sich zur Stelle Bereit für den Vorstoß Ja, Kommandant Wie lauten die Befehle? Ja, Kommandant Mit dem 38T stoße ich mal weiter vor Der ist nicht uns Wenn wir den verlieren ist das nicht ganz so schlimm Schon tragisch aber nicht so schlimm als wenn wir unsere Einheiten überlegen die uns direkt unterstehen Ja, Kommandant Aber ich sehe jetzt auf Anhieb hier Bestätigt Nichts gefährliches Fahrer meldet sich zur Stelle Sind wir dabei? Steig mal den Opel Kadett ein Bereit Wir sind LKW hier Hier Melde mich zur Stelle Aha Hier LKW hier Melde mich zur Stelle ... Kommandant Kommandant Ja Wir sind dabei Wir sind dabei Wird gemacht Ich höre schon wieder seine Fahrzeuge Er kommt, er Ja, Kommandant Alles oder nichts Na? Das kann wohl nicht wahr sein, dass wir mit einer Kanone, die ist viel größer als eben seine, da nicht durchkommen. Die ist tatsächlich abgeschossen. Also diese englischen Panzerwagen sind echt stark. Ich hab die Schweicher in Erinnerung. Ja, da ist der Bunker, den greifen wir jetzt mal so bitte nicht an. Es ist gut, dass man diesen einen Panzer hat, den man Zonot opfern kann. Das ist zwar nicht die feine englische Art, aber... Ich drehe mal die Geschütze. Schieße mal auf den Bunker. Immer schön auf den Bunker halt. Das ist eine Kanone, die kann natürlich weiter schießen. Schön weiter auf den Bunker feuern. Artilleriestellung bereit. Ihre Befehle? Ihre Befehle? Wird gemacht. Batterie bereit. In Ordnung. Erstattebericht. Ihre Befehle? Jawohl. Kein Problem. Wie lauten die Befehle? Für den Sieg? Hier. Wird gemacht. Erwarte Ihre Befehle. Antilleriebesatzung hier. Jawohl. Antilleriebesatzung hier. Bereit. Alles klar. Hier. Ihre Befehle? Erwarte Ihre Befehle. Ihre Befehle? Da ist Flak. Du musst weg, 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 weg. Ach, scheiße. Da habe ich zwei Wagen verloren, wegen dieser scheiß Flak. Artilleriestellung bereit. Jawohl. Ihre Befehle? Ich dachte, die wäre schon weg. Ich bin verwundet. Ja, mache ich. Batterie bereit. Ich bin zu ungeduldig. Ich greife mir mal sofort an. Ich muss mir mehr Zeit lassen, hier... ...in rot aufzuräumen. Ja, Kommandeur. Jawohl, Kommandant. Wird gemacht. Los, los, los. Ja, und da ist noch was drin. Ihre Befehle? Ihr macht den Turm weg, du feuerst auf den Bunker. Batterie hier. Klar und deutlich. Panzerunterstützung. Alles bereit. Befehl bestätigt. Artilleriebesatzung hier. Hier vorhin schon mal auf den Bunker da hinten. Main-Vertriebe. Bereit für den Kampf. Erwarte Ihre Befehle. Befehl bestätigt. Da steht noch ein Panzer. Für den Sieg. Ich bin verwundet. Jawohl, Kommandant. Was ich nicht verstehe, ist, warum der Panzer immer vorfahren will. Seht ihr denn das? Der will immer vorfahren. Immer sofort angreifen. Wir sind verschanzt. Kümmer mich drum. Haltet mal ein mit dem Feuer. Ja, das reicht. Artillerie-stellung bereit. Bestätigt. Vorbeer! Erstattebericht genau zwischen Sie auf. Infanterie bereit. Machen wir den Bunker jetzt hier kalt. Ihre Befehle? Danke. Mission abgeschlossen. Natürlich wieder Einheiten verloren. Wir graden unsere Panzer III ab. Damit kann ich besser arbeiten. So. Jetzt brauchen wir noch eine 105 mm Artillerie. Wir sollen die Brücke sichern. Sichern Sie die Brücke und bereiten Sie sich darauf vor, feindliche Gegenangriffe abzuschweren. Verteidigen Sie die Brücke gegen anrückende Feinde. Sie dürfen auf keinen Fall scheitern. Nehmen Sie die feindliche Lage ein, um die Offensive weiterführen zu können. Okay. Wir müssen diese Brücke verteidigen. Erst einnehmen, dann verteidigen. Da hat der Gegner einen Fall aufgebaut. Das sehe ich schon wieder. Wie kamen jetzt zwei Panzer? Wir haben einen geschenkt bekommen für diese Mission. Und wir haben unseren eigenen Müller, Nagel, Schaffer. Das sind unsere Oberfeldwebel. Die sollt sich auch nur drehen, nicht mehr. Also wird vom LKW blockiert. LKW hier unterwegs. Artillerie-Stellung bereit. Batterie bereit. Artillerie-Stellung bereit. Jawohl. Psst, Ruhe. Gib mir Deckung. So, die solltet sich auch nur drehen, nicht mehr. Ich kann nur noch schießen nach da hinten. So, der Scharfschütze kann sich schon angucken. Da steht, britische Infanterie. Den nehmen wir jetzt mal unter direktes Feuer. Alles klar. Der hat immerhin eine schöne Kanone. Der hat eine 3,7 cm Kanone. Der Panzer 3. Ja, Kommandant. Hier. Gib mir Deckung. Scharfschütze bereit. Scharfschütze bereit. So, da steht die gegnerische Pack. Da steht noch eine. Die müssten aber entmannt sein. Ihre Befehle. Verstand Befehle. Die Geschütze mal wieder an. Die Infanterie geht diesmal vor. Sofort. Wir sichern jetzt mal bis zu der Straße. Und eine Einheit geht durch den Wald. Ihre Befehle. Weil hier werde ich da schon wieder was fahren. In dem Wald. Alles bereit. In Position. Bereit für den Kampf. Aha. Panzer hier. Wir werden sieben. Ihre Befehle. Lkw hier. Wir sind unterwegs. Alkineriebesatzung hier. Panzer. Erwarte Ihre Befehle. Alles klar. Ihre Befehle. Ach, das ging noch. Das ging noch. Geben wir mal eine Einheit. Panzer hier. Hahaha. Ihre Befehle. Ihre Befehle. Kommandant. Infanterie bereit. In Position. Man konnte nämlich die Infanterie auf den Panzer aufsetzen lassen. Dann fährt die quasi auf den Panzer mit. Dann sind die schneller. Da, wo ich sie brauche. Kein Problem. Batterie bereit. Du bollers auch schön weiterhin, ne? Sehr schön. Erwarte Ihre Befehle. Mache ich. Oh, da steht Infanterie. Warte auf Befehle. Nein, nicht mit dem Amp... ...Granaten. Nein, 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 nein. Wir sind dabei. Kein Problem. Danke. Das ist jetzt uns. Bestätigt. Ihre Befehle. Infanterie bereit. Und in dem Wald war er nichts. Das heißt... Geben Sie uns ein Ziel. Du kriegst gleich ein Ziel. Du hängst jetzt die 8-8 an. Hier hängt die Geschütze an. Die Hobbitzen fahren jetzt hier rüber. Genau so wie alle LKWs und der Kübelwagen. Alles fährt jetzt hier rüber. Der Kübel, der kommt, ne? Zu unserem Scharfschützen. Er nimmt den mit. So, die 8-8 brauchen wir nachher für die Verteidigung. Schon auf dem Weg. Panzer hier. Ihre Befehle. Verstanden. Bereit für den Vorstoß. Warte auf Befehle. Bereit für den Kampf. Befehle. Melde mich zur Stelle. Bereit. Bestätigt. Söchen, Puppechen. Hier. Ihre Befehle. Jawohl, Kommandant. Wollen wir uns mal der Brücke langsam nähern? Bereit. LKW hier. LKW-Einsatz bereits. Die brauche ich gleich. Und zwar dringend. LKW hier. Alles klar. Zugmaschinen bitte weg. LKW hier. Artillerie-Besatzung hier. Die Artillerie dreht sich in die Richtung. Hier. Und die Infanterie geht mal gucken. Wobei, wir haben ja unseren Scharfschützen. Ich bin hier. Jawohl. Verstanden. Wer hat hier? Fahre da mal hin. Unterwegs. Artillerie-Besatzung hier. Alles klar. So, bitte drehen. Artillerie-Stellung bereit. Befehle nicht mehr. Befehle. Der Tuckert da mal lang. Eine Zugmaschine kann die 8-8 hier noch holen. Sofort. Melde mich zur Stelle. LKW hier. Artillerie-Besatzung hier. Und ihr, mit der schönen Kanone, von denen wir gleich zwei haben, ballert schon mal auf den Bunker hier. Bestätigt. So, aussteigen. Kübel wegschicken. Scharfschütze. Der kann nämlich weiter gucken. Hier in der Hütte sitzt schon wer. Batterie hier. Na komm. Danke. Die Hütte abreißen war jetzt nicht wirklich so schwer, oder? Wenn nicht die Brücke zerstören, Kollege, die brauche ich noch. Was gibt's denn? Ihre Befehle? Jawohl, Kommandant. Psst, Ruhe. Genau zwischen die Augen. Wird gemacht. Ja, Kommandant? Bereit für den Kampf. Garf bereit. Bereit. Los, los, los. Ruhe. Jetzt geht das hier los. An der Brücke. An der Brücke. In Position. Bereit für den Feuchstuhl. In Position. Wo ist mein... Hatte ich nicht. Genau, den brauche ich. Alles klar. Bereit. Ihre Befehle? Da steht Puck. Die muss weg. Panzer zurück. Jawohl. Jawohl, Kommandant. Entmannt die Puck. Los. Danke, jetzt können die immer drüber kämpfen. Jetzt können die Panzer wieder vor. Ich hab keine Lust mehr, von Puck die Panzer zersäbeln zu lassen. Anstande Bericht. Und da ist ein gegnerischer Panzerwagen. Jetzt können die Panzer dreimal zeigen, was sie können. Feuer frei. Schieß mal den LKW ab. Soll ich jetzt Gas geben. Verteidigen Sie die Brücke gegen anrückende Feinde. Die Pack nehmen wir auf jeden Fall in unsere Gewahrsam. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, alle rüber. Panzer eingraben. Panzer her. Wir werden an sieben. Infantrie bereit. Geben Sie uns ein Ziel. Kauf bereit. Geben Sie uns ein Ziel. Bereit. Aha. Anstande Bericht. Infantrie bereit. Wir haben ein Gräben gezogen, da kann Infantrie rein. Melde mich zur Stelle. Unterwegs. Dreh die 8-8. Auch wenn das jetzt gerade nicht hübsch ist, aber dreh sie mal. Abbauen. Ausladen. Wegfahren. So, ihr dreht euch. Ihr zieht noch einen Graben. Ihr grabt euch ein. Der Panzer greift sich ein. Die graben sich ein. Komm schon, ein Graben. Geht nicht. Da kommt der Panzer. 8-8 entmannt. Sehr schön. Ich bin verwundet. Boom. Boom. 8-8 zerstört. Los, los, los. Bereit für den Forschung. Jetzt muss ich mir eine Panzer anlegen. Ja, Kommandant. Okay, Angriff abgewehrt. Entstande Bericht. Sofort. Nehmen Sie das feindliche Lager ein, um die Offensive weiterführen zu können. So. Der hat keine Munition mehr. Ja, jetzt aber schnell. Die Hobbit sind drehen und bereit machen. Bereit. Los, los, los. Bereit. Verstanden. Batterie feuerbereit. Und das Ding nehmen wir mal mit. Verstanden. Bereit. Ihre Befehle. Warte auf Befehle. Ja, kommand. Bereit. So. Ihr rollt auch vor. Panzer 2 habe ich ja auch noch hier stehen. Erwarten Ihre Befehle. Ihre Befehle. Den Sniper wieder einladen. Jetzt will ich zur Stelle. Die können rüberfahren. Ihre Befehle. Aha, guck mal wer da sitzt. Schon dabei. Wir sind eingegraben. In dem Waldstück. Da haben sich welche eingegraben. Artilleriebesatzung hier. In Ordnung. Batterie bereit. Artilleriestellung bereit. Schieß mal ein bisschen auf die Jungs, die hier drin sitzen. In Ordnung. In Ordnung. Na los. Da ist noch Pack. Guckt. Seht ihr das? Sie wollten und da war auch noch irgendwas. Die wollen uns hier fertig machen. Granatwerfer sind da auch. Artilleriebesatzung hier. Ist das ne richtige Verteidigungsstellung hier? Jawohl. Wir gehen. Genau zwischen die Augen. Ah. Ah. So, jetzt schnell. Warte her. Ihre Befehle. Go, go. Bereit. Warte auf Befehle. Vorwärts. LKW abschießen. Danke. Und die Stellung gehört uns. Bitte auffüllen. So, was haben wir hier stehen? Ganz viel Panzer. Den Sumpf können wir nicht benutzen. Wir können höchstens hier rundherum fahren. Will ich aber nicht. Verstanden. Wo war der Sniper? Der war hier im Kübel, ne? Ja. Nehmen wir mit. Du da. Da steht immer noch der Bunker. Weiter feuern. Und ihr könnt schon auch provisorisch da reinhalten. Außer Reichweite. Okay. Außer Reichweite. Umbauen. Melde mich zur Stelle. Batterie bereit. Dann schießt du provisorisch hier mal rein. Verstanden. Dann hier. Nicht da hinten. Ja, schon besser. So, dann gehen wir mal gucken. Gucken wir mal, was da rumläuft. Infanterie. Bereit. Ihre Befehle. Los, los, los. Bereit. Bin dabei. Panzer hier. Macht sie fertig. Genau zwischen die Augen. Kommandant. Was rollt denn da an? Sanitär. Panzerwagen. Schieß den Maben. Erwarte hier. Befehle. Hier. Macht's für ein Feuer. Ja, Kommandant. Alles klar. Melde mich zur Stelle. Artilleriestellung bereit. Schieß mal den Turm ab. Befehle. Unterwegs. Was? Ja, ja, so. So ein Kollege. Oh, der hat alle Geschütze hier besetzt. Artillerie bereit. Ja. Sofort. Luftunterstützung nicht mehr möglich. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben eh keine Luftzeuge. Sofort. Erwarte Ihre Befehle. Hier. Bestätigt. Aha. Bereit. Was gibt's denn? Gesamt wird erledigt. Ja, Kommandant. Da steht noch ein Panzerwagen. Weg damit. Ich bin hier. Die haben wir zum Glück entmannt, die Flak. Geht ihr mal langsam vor, alle. Ich traue dem Braten auch nicht. Das Sniperkönig, ja. In dem Turm sitzt bestimmt noch wer drin. Wusste ich das. Beförderte Einheit. Sehr schön. Sehr gut. Mission beenden. Dankeschön. Jetzt läuft's langsam besser. Wir haben Oberfeldwebel Müll. 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 Was sag... Was laber ich hier? Müller natürlich. Befördert. Und Unteroffizier Weiß bekommt jetzt eine 105 mm Haubitze. In Anbetracht ihrer Erfolge in den letzten drei Missionen empfiehlt Ihnen das Oberkommando, das aktuelle Kapitel zu wenden, in dem Sie historische Missionen spielen. Viel Glück, Offizier. Nein, möchte ich noch nicht. Denn ich möchte noch das dritte Geschütz auch ersetzen. Unsere Aufgabe, LKW diskutieren. Erskutieren Sie die LKW zum bezeichneten Zielort. Sie müssen mindestens einen LKW ans Ziel bringen, um die Missionen zu erfüllen. Das hasse ich, diese LKW-Missionen. Denn wir müssen diese Sani-Laster nur mit Panzern, nur mit Panzern dahin schicken. Wir müssen noch den Scharf schützen, aber hier oben sehe ich schon wieder... Seht ihr schon die erste Falle? Man will hier losfahren und dann bumm. Und wenn wir hier langfahren, ist bestimmt an der Brücke sitzen, in Einheiten. Hier in einem fucking Ort werden wir hier sitzen. Dann greifen sie von uns von hinten an. Ich kenne das. Das ist, äh, nicht gut. Und wir müssen ja hier hin. Äh, dahin. Zu diesen Geschützen. Alles klar. Ihre Befehle hier. Ihre Befehle hier. Ich sag ja nicht, es ist zu fett, um hier durchzugehen. Scharfschütze bereit. Na, nicht mit der... No, 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 na, no, na. Ich bin hier, wie Sie wünschen. So gut wie erledigt. Toll. Jetzt ist der Sniper tot, weil er von der Pact erschossen wurde. Wie soll ich denn die Pact nur mit Panzern ausschalten? Ja, wie soll ich das mit... Ich bekämpfe doch nicht... ...fucking Panzern packt, das ist doch Schwachsinn. Ein Reparatur-Lkw habe ich immerhin. Wir sind unterwegs. Bereit für den Vorstoß. Hier. Wo werden wir gebraucht? Wir sind dabei. Bereit für den Vorstoß. Panzer hier. Bestätigt. Jawohl. So, nur Panzer 2. Die sind echt blöd, diese Skokken-Chill. Die gefallen mir nicht. Guck mal, was da läuft. Weg hier, bevor die Infanterie kommt. Weg, 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 weg. Weg da. Die wollen uns tracken. Das machen wir nicht. Und du fährst weiter. Du hast... Na, jetzt ist der gecheckt. Ach. Jetzt verliere ich die Panzer. Das kann aber... Ich raste hier aus. Wir haben keine Infanterie. Ich kann nicht gegen die Infanterie ankommen mit Panzern. Das klappt so nicht, Jungs. Das klappt so nicht. Der ist trackt. Den kann ich nicht mehr bewegen. Ich kann nur auf die hier bewegen. So, jetzt kommen sie hier mit der Infanterie angerannt. Ich mach das jetzt wie folgt. Ich greife mit denen jetzt hier an. Das ist zwar Puck und Infanterie, aber ich muss hier irgendwas machen. Man muss hier verdammt vorsichtig sein, damit die nicht von unten kommen und dir die LKWs wegknallen, während du versuchst, vorne aufzuräumen. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Hier, Jawohl, Kommandant. Bereit für den Vorstoß. Bestätigen. Befehle? Sind unterwegs. Hier. Reparieren wir den Panzer II. Das war so klar. So, jetzt kann ich die Mission beenden. Neu starten. Das klappt so nicht. Gucken wir uns mal an, was da unten ist. Wie lauten die Befehle? So klappt das nämlich nicht. Hier steht Puck. Die kann ich nicht wegräumen. Ich hab keine Infanterie. Hier steht Infanterie. Mit Panzern dagegen vorzugehen ist jetzt nicht die beste Option. Hier stehen ganz viele Panzerwagen, die dann sofort eingreifen. Hier steht dann noch eine Garnison. Wir schauen mal, was hier unten ist. An der Brücke. Weil durchrushen funktioniert auch nicht. Ich könnte höchstens von normal auf leicht stellen. Dann würde es viel leicht gehen. Guck euch das an, was hier ist. Puck, MGs, wie sie wünschen. Mit Puck, mit Panzern Puck bekämpfen. Das ist totaler Schwachsinn. Ich probiere es noch einmal. Wenn es nicht klappt, beenden wir die Mission und machen was anderes. Einen Panzer lasse ich hier, damit ihr uns nicht in den Rücken fällt. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich mit den Panzern eine Puck bekämpfen soll. Das ist Schwachsinn. Warte auf Befehle. In Position. Schon dabei. Bestätigt. Wo werden wir gebraucht? Mach ich. Jawohl, Kommandant. Stopp, da kommen jetzt die Panzer. Hab ihn. Jetzt habe ich den Panzer verloren. Den wichtigsten Panzer. Wo werden wir gebraucht? Scharfschütze down. Das hat keinen Sinn so. Ich kann nicht. Nicht mit den Einheiten der LKWs eskortieren. Das machen wir nicht. Interessanterweise kriege ich trotzdem das Geschütz. Okay. Ein Sturmgeschütz. Ich überlege, ob wir uns ein Sturmgeschütz organisieren oder vielleicht noch ein Panzer 3. Ich glaube, ein Panzer 3, noch einer wäre nicht schlecht. Aber dann müssen wir den Bahnhof sichern und das ist eine schwere Mission. Wir machen das. Wir holen uns noch ein Panzer 3. Die Panzer 2 sind einfach ungeeignet. So. Gucken wir mal, ob das klappt. Das sieht schon mal verdächtig ruhig aus hier in dem Wald. Jetzt geht's los. Befehle? Alles klar. Was gibt's denn? Ein kühles Bier. Wie Sie wünschen. Kleines Dörfchen. Hm. Befehle? Alles klar. Hier. Bestätigt. Bestätigt. Bedächtig ruhig. Scharfschütze bereit. An der Straßenkreuzung scheint nichts zu sein, aber ich höre schon wieder Autos. Fahrzeuge. Artilleriestellung bereit. Jawohl. Unsere Geschütze erst mal drehen. Scharfschütze bereit. Kommandeur. Ruhe. Wie Sie wünschen. Melde mich zur Stelle. Befehle? Das ist verrückt. Bestätigt. Alles klar. Ich stelle hier die 8-8 auf, weil ich den Verdacht habe, hier könnten Einheiten später rauskommen. Befehle? Wir sind unterwegs. Bereit. Wo ist denn der Sniper? Ich bin hier. Darf ich nicht verlieren. Ja, jetzt geht's los. Alles klar. Schon auf dem Weg. Hm. Lkw hier. Alles klar. Jawohl. Eine Infanterieeinheit, schick mal da rüber. Was gibt's denn? Scharfschützen nehmen wir mal hier mit. Gibt mir Deckung. Bereit. Hier. Bestätigt. Die Panzer auch noch hier. Ja, Kommandant. Befehle? Bestätigt. Ja. Jawohl. Jawohl, Herr Kommandant. Das mal aufstellen. So. Kann ich jetzt aber nutzen. Kommandeur? Was gibt's denn? So. Guckt euch mal an, was da steht. Entwickler ist 12,7 MG. Das Haus ist besetzt. Zwei Panzerwagen. Batterie bereit. In Ordnung. Ihre Befehle? Artilleriebesatzung hier. Jawohl. Komm schon, schießen ab. Jetzt kommt er mit dem Panzer über die Flanke. Erwarte Ihre Befehle. Den haben wir abgeschossen. Batterie bereit. Das Haus muss weg. Er ist abgeschossen. Das Dorf ist schwer gesichert. Wollt ihr mehr? Batterie bereit. Wir sind dabei. Ah. Schon unterwegs. Die Zielgenauigkeit von diesen Geschützen ist nicht so schön. Die streuen ordentlich. So. Jetzt ist der Panzer weg. Jetzt können wir das Haus hier wegräumen. Und das Haus bitte. Und das Haus bitte. Dankeschön. Wenn das weg ist, können wir angreifen. Mit Infanterie. Ich baller trotzdem hier weiter rein, weil ich höre, wie der LKW ist rumrollen. Ich habe keine Lust, dass er hier wieder alles besetzt und die Einhandel verstärkt. Ja. Jawohl, Herr Kommandant. Infanterie bereit. Bereit. Panzer hier. Wir werden... Wie lauten die Befehle? Wo werden wir gebraucht? Ja. In dem Haus hockt er noch. Artillerie-Stellung bereit. Schon unterwegs. Hier. Kommandant. Ja. Artillerie-Stellung bereit. Feuer. Klar und deutlich. Feuer einstellen. Infanterie greift an. Panzer unterstützen. Jawohl. Mach ich. Warte auf Befehle. Das ist geklappt. Kleines Dauf besetzen. Bereit für den Kampf. Jawohl. Jawohl, Herr Kommandant. Kann losgehen. So. Bereit für den Vorstoß. Jawohl. Wollte ich nicht. Jetzt müssen wir die Brücke erhobern. Ihre Befehle? Da ja hinter jeder Brücke, wie bekanntlich, oder wie bekannt ist, Engländer hocken. Feuer frei. Ich weiß, Gebäude erst mal ein bisschen einräuchern, ausräuchern. So, hier sieht man da stark noch nach Englandern aus irgendwo. Bereit für den Kampf. Wir sind dabei. Weil hier ist ein Depot. Eigentlich darf da nicht einfach ein Depot rumstehen. Nur mal verdächtig. Aber ich sehe da keine Einheiten. Vielleicht sind sie noch nicht aufgedeckt. Die können auch im Hinterhalt-Modus sein. Ja, da sind sie. Jetzt gucken wir mal hier, ob da Einheiten sind. Ich traue denen nicht. Das könnt ihr mal auf der Seite auch unter Feuer nehmen. Nicht, dass die Engländer aus der Flanke kommen. Okay, hier nicht. Gucken wir mal hier. Das sieht man auch dann auf... Okay, geht nicht gut. Da ist der Sniper. Komm mal hier hin. Weil die können nicht so weit gucken. Der Sniper kann viel weiter sehen. Das ist das Wertvolle an dem. Der kann extrem weit gucken und deckt versteckte Einheiten auf. Die im Hinterhalt-Modus sind. So. Ich leite mal die Geschütze auf. Du gehst mal ein bisschen vor. Und machst mal looky, looky. Was ist denn hier? Ich sehe es noch nicht näher ran. Aber man sieht hier nicht wirklich viel. Da rennen Engländer. Britische Infanterie. Bestätigt. Ihre Befehle? Bereit. Jawohl, Kommandant. Erstatte Bericht. Bereit. Schon auf dem Weg. Artillerie-Stellung bereit. Gucken wir mal die Infanterie-Gabd jetzt mal an. Das Spiel steht. Es hängt. Was ist passiert? Ist abgestürzt. Gucken wir mal nach. Ja, das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Tut mir leid, ich beende mal die Aufnahmen und die Folge an der Stelle. Wir machen einfach in der nächsten Mission weiter. Danke fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. coded-Loup.